Jetzt überall im Handel. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Die Februar-Ausgabe. So war der Anruf gewesen. Stefan hat mich angerufen. Koka lasse ich heute einfallen. Ich stehe jetzt hier sechs Stunden im Wasser mit der Wartehose. Wir haben uns mal neue Gewässer gesucht, ausbalancierte Köhler. Ich habe ganz viel erklärt. Wir haben zwei tolle Fische gefangen. War ein schöner Tag gewesen. Jetzt auf der neuesten DVD werdet ihr das sehen können. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis die Tage, euer Koka. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Die Februar-Ausgabe. Jetzt überall im Handel und natürlich wie immer mit Gratis-DVD. Untertitelung des ZDF, 2020